Wie erstelle ich eine Liste enger Freunde auf Instagram? Instagram hat diese Funktion eingerichtet, damit Menschen in diesem sozialen Netzwerk eine freundliche Gruppe erstellen und ihre privateren Fotos und Videos nur mit dieser Gruppe teilen können. Dazu müssen Sie zunächst den Abschnitt Profil aufrufen. Klicken Sie auf diese Option. Klicken Sie in diesem Abschnitt auf die Option Freund schließen. In diesem Abschnitt wird Ihnen eine Personenliste angezeigt. Sie sollten in dieser Liste nach Ihren Freunden und denen suchen, die Sie haben möchten, und diese auswählen. Sie können in dieser Liste beliebig viele Personen auswählen und es gibt keine Begrenzung. Klicken Sie abschließend auf diese Option. Jetzt lade ich zum Beispiel eine Geschichte hoch und zeige sie meinem engen Freund. Wenn Sie die Story jetzt öffnen, sehen Sie in dieser rechten Ecke eine grüne Option. Dies bedeutet, dass diese Geschichte nur Ihrem engen Freundeskreis angezeigt werden kann und andere Personen sie nicht sehen können. Bitte liken und Kanal abonnieren!